Guck mal hier, das ist auch wieder so eine Köcherfliegenlarve, siehst du das? Da hat sich die so ein Köcher gebaut und da in dieser Höhle, darin wohnt die. Guck mal was hast du noch gefangen? Die möchte weg. Ja, die möchte weg. Das Wasser. Da sind die Libellenlarven. Die andere Libellenlarven auch noch gefangen haben. Auf einem kleinen Blatt. Guck da mal, ein Edel. Guck da mal, ein Edel. Guck da mal, ein Edel.